hallo und willkommen zurück grounded unser spiel und wir spielen hier im multiplay der marcel mit dabei und macht wieder faxen wie immer okay er macht hier schon wieder völlig versaute sachen und doch 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 und wir haben heute diverse sachen vor wie immer mal gucken was davon funktioniert aber als erstes wollen wir mal schauen ob die spinnen unsere falle funktioniert hat und wir jetzt sind dort ein paar spinnen weg holen können ein bisschen spider farming moment ich richtig okay und auch stengel und gras farming wollen wir ein bisschen optimieren mir ist da was eingefallen natürlich haben wir hier gar keine spinne sehr schön super schade eigentlich aber was ich machen kann ist ja mal schnell noch ein bisschen harz mitnehmen was hier saft heißt wenn ich aber herzlich ja ich glaube unsere falle müssen wir auch ein bisschen neu organisieren aber das brauchen wir jetzt nicht machen und gut dann bin ich jetzt mal auf dem weg ja ja ist ja gut da mache ich mich jetzt mal auf den weg und zwar der stengel farming zu optimieren kurz gesagt er hat was entschieden rausgefunden nein das kann cheating oder kann man das tippen denn ich glaube nicht ich glaube ich ja was ist ja so gesehen schon ich von hier an und hier an nein der da der ist gut okay da fangen wir mal das cheaten an hier so dann gehen wir mal in herstellen und dann das stengelager konstruieren und abstellen so perfekt hast du jetzt getrunken ja alles noch ja voll voll sozusagen so jetzt klingt bin ich ab ich muss hier hatten ja mit der mutation geht das echt total schnell die ich hier gekriegt hatte war das ist ja schon so dafür nehme ich auch jetzt nicht die ameisenrüstung das lohnt sich gar nicht obwohl das würde noch schneller gehen ja nein nicht umstellen hat doch das machen wir ameisenrüstung auch noch an so kann ich immerhin drei mehr nehmen also kriegt das lager auch schneller voll wie schaut es bei dir aus wie weit bist du sehr gut man da steht ja ich habe schon die ersten acht dinger aber ich habe schon ein paar mehr ja ich musste ja noch mal laufen mir ein paar sprosslinge holen weil mir jemand keine viel gegeben hat du hast du hast doch gesagt du hast alles da ja und da habe ich gesagt ich habe die krise und den kratzer ok so hören das stengelager habe ich erst mal voll und ich kann trotzdem ja dann lege ich den jetzt noch nicht ab umstellen genau das machen wir gleich mal zu den nächsten haa so und ja immer noch ablegen wieso habe ich eigentlich gewechselt na gut ja das sind magere ausbeute hier man egal denn das coole ist ja stengelager kann ich ja umstellen da sie müssten ja 16 etwa drauf sein und umstellen kann ich das sind ja auch noch das heißt mit anderen worten maximaler einsatz sehr gut sie nur gucken wie weit ich mit dem stengelager komme okay jetzt habe ich nur fünf dabei so also bisher bin ich schon mal gekommen das ist sehr schön mein lager ist vor die wochen neues dann wurde doch eins ja das hat sich richtig gelohnt ich nehme jetzt ich habe acht anhand ja und das ist ein stapel ja und dass ich bringen wir jetzt mal einfach zurück würde ich sagen love 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 ach ja übrigens ich bin heute mit der will unterwegs ich dachte mir ich probiere mal die einzelnen charaktere aus und dementsprechend nur ist ganz angenehm bisher nicht so möglich wie der piet er hat nicht genau das was du wir können jetzt zwar nicht laufen was denn ja der hat das umstellen abgebrochen wieso keine ahnung war wohl doch zu weit okay muss das doch gelegentlich absetzen ich habe es jetzt einfach mal zwischendurch gemacht wie viel stänge bauteile hast du bei dem haus eigentlich verbaut also viele oder nicht 30 fär Brianna cru AR nem rt warte und moment so baby bertha ja gleich so habe ich noch leeres lager ich glaube da hinten aber noch eins wo ein bisschen was drauf passt eigentlich nicht doch da ist es na klar ja sehr schön und das nehme ich nicht mit werde ich doch erst mal ein bisschen was bauen hier würde ich sagen da stellen wir auch gleich mal um hier haben wir das hier wieso b ach so und kreuzschlängel 80 so cool hat da wieder was aber richtig sehr cool moment ach so das bist du falsch so wieder raus hier neidling denke mal 80 werden wir immer noch nicht zusammen haben und zu bauen wenn wir sehen naja bauen dauert eben halt ein bisschen länger bis dahin bin ich schon mal wir bauen halt schnell und gut ja 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 immer dasselbe immer dieselben ausreden so eichelschalen brauchen wir natürlich auch noch ich würde sagen am besten die kiste mit den eichelschalen hier auch rüber holen oder ne oder du packst einfach die dinger in deiner tasche na das geht nicht ok ja könnten wir auch machen aber da ist bestimmt noch mehr drin was wir brauchen ich glaube meistens sind so ich nur grasplatten und stänger ich glaube seide könnten es noch sein bei der treppe ok ich gucke gleich noch mal nicht umstehen so und wenn ich hier noch einladen das ist blöd mit der r-taste versinnlich auf r gekommen super ja 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 bestimmt das ist voll ok das was hier ich wollte auch gucken ich wollte doch gucken ja grobe sei fünf mal brauchen wir ein spinnrad bräuchten wir auch noch mehrere viele das tue ich auch mal umstellen so wenigstens fix vernünftig so geht das besser mit kuh und e bin ich nicht im raster sehr schön gut zu wissen und essen und trinken bräuner nicht sehr gut und moment ich schaue das aus habe ich hier überhaupt noch reicheschein habe ich sehr gut dann musstest du ich habe das mal eine menge reingepackt ja also acht stück habe ich hier in der kiste gefunden mal gucken aber noch andere wo es drin sein könnte ja noch mal acht ja marcel du legst das überall rein schwierig zu finden ich habe was zum analysieren moment was hast du denn da ich gehe noch einmal analysieren ja das ist noch eine menge zum analysieren drin also in dem einen war von der mücke würde ich sagen ja habe ich ja nicht gemacht weil bei mir sehen zuschauer das ja nicht genau aber auch vergessen wir zu sagen ich hatte das gemacht ja bestimmt als genau der fall eingetreten ist würde ich sagen und auf dem rückweg wieder vergessen das alter das alter na los ab zum burgel beziehungsweise analyse gerät der gerät so lauf lauf ja mit der zeit wo man so alles mögliche hat oder sich schon gebaut hat und besorgt hat läuft es auch etwas besser muss ich sagen ich will aber gift immun werden also wir müssen da noch irgendwas machen lauf wir brauchen halt noch ein zwei spielen ja also irgendwie stech mit ein nadel wofür ist das ja das ist ein ding womit du live lead schafft ein ding womit ich was habe gegen womit du live lead hast naja sind viele diese nicht diablo spieler ganz genau live lead bedeutete kannst leben abziehen von wem von dir von den gegnern die du haust du schlägst sie denn sie ist den leben und das wird dir gut geschrieben ja das nennt man live lead ok nee das mache ich mich dann genau wir hatten doch mal nach der spinne geguckt wo du sagtest also das kommt ja nicht hoch kommt ja die ist bei mir nicht da okay schade da habe ich ja hier die stecken geholt ja auf jeden fall muss ich jetzt ein bisschen was einpacken und zwar kiesel wenn ich die finde ein armeischen sehr schön volle funktioniert okay ja genau falls ich noch ja grobes seil brauche so erst mal noch ablegen was brauche ich denn oder was habe ich denn was oder zwei kiesel und firma grobes seil alles andere habe ich gut kriege ich hin drei stück erst und nein ich komme jetzt nicht extra zurück in die base weil ich dann nur ein eine pflanzenfaser brauche macht das gleich hier sonst dauert das alles wieder viel zu lange erst brauchen wir krass jetzt brauchen wir krass jetzt ruhig hier hinten bin ja gut ist egal wenn wir uns mal hin schön dass ich bei dem grobes sei gewesen bin und nicht hergestellt habe das kann ich denn jetzt mal fix ablegen hier das gibt es doch nicht nein 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 nicht gut nicht gut ja na klar die habe ich auch noch aufgenommen hier könnte ich auch verbrauchen solange grobes sei noch herstellen ach so ja unglaublich aber das haben wir auch auch nützlich 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 alles gut weißt du was schon dass sie das sehen wer ja ja ist mir schon klar freue mich schon aufs kommentar wo kriege ich jetzt ein kiesel her auf die schnelle hier wo ich bin gerade dich hast du sag ich alles dabei haben wieso dann siehst du wahrscheinlich große weiße steine ach ja richtig genau stimmt stimmt ja was wird der typ die habe ich gar nicht gedacht mensch so ein ärger hast du machst das hier in einen rutsch julio hast du gedacht nicht wirklich haben wir doch jetzt mal endlich hier fertig sehr schön ist aber weit verstreut hier ach da haben wir und rein damit ja leute was soll ich sagen es dauert natürlich alles ein bisschen wenn man basen baut und dementsprechend müssen wir das trotzdem ja machen aber hätten ist doch noch einer eben nicht gesehen das häuschen nimmt auch schon gestalt an das ist doch schön da freue ich mich schon wieder auf er gekommen man das ist ja echt lästig ich muss mir das gleich mal angucken ob man das nicht vielleicht ändern kann dann nehme ich das dann nämlich weg kann man bestimmt ändern ja darum dann legt das auf irgendwas wo ich garantiert nicht draufkomme versehentlich weil dieses wegschmeißen nervt ich weiß ja nicht wie das ist bei den kontrollern ich schätze mal die haben nicht solche probleme die haben nur kein naming naja soll man sagen was soll man dazu sagen dann soll man kauft in tastatur ja dort können sie das ja so schön dass du mal die tür zu machst naja geht so dafür muss ich jetzt erst mal alles abstellen das nervt aber so und rüber warte mal stengel brauchen wir denken keine mehr hast du gesagt ne ne für die zweite reihe aber die können wir noch nicht reinsetzen weil die erste reihe fährt so was ähnliches habe ich mir schon gedacht also mit nur nicht drankommen kann es nicht gewesen sein ja nein marcel ja stellt das doch stelle das doch ordentlich hin so ein bisschen ordnung muss sein und nein ja die taste das muss ich echt das muss ich ändern ja auch schön brauchen wir gerade irgendwo wahrscheinlich ja die ganzen länder so ich habe eine wand gebaut es wird langsam dunkel scheint mir das heißt ich mache mich auf dem weg ich gucke mal schnell nach der feder vielleicht ist eine feder da das wäre cool nein kein koi sehr schön dann schaue ich nach der feder das sieht mir gerade nicht so aus mal gucken ob das hier auch geht das sieht ja aus lustig neun jede wette jede wette ach so ist viel zu hoch da kann ich nicht hoch da kann ich nichts ändern ja moment doch richtig also bisher sehe ich hier keine feder ja da war ja auch noch kein vogel das heißt ja nicht dass du ihn gesehen hast vielleicht hast du ihn auch nur nicht gesehen doch ist die ständige vogel ja ja ich bin mir gar nicht zu dir ich kenne dich doch du echt leute schreibt in den kommentaren der ist doch voll gemein hier zu mir geht's doch gar nicht kommentaren bist du nur der große wird zwei wörter ließen mit recht nein das kann ich sagen ja okay da komme ich erst mal wieder zurück hier was war das was auch immer das ist hast du lautes geräusch gehört einfach hast du lautes geräusch gehört oder was ich habe dann käfer hingesehen moment ja luft blasen sehr schön so die erste reis was vielleicht moment okay ich habe dich gewarnt nein hast du nicht aber cool doch vor ein paar wollen habe ich sich gewarnt da unten ist ein großer fisch ja ja das hilft nicht ich habe nichts zum hauen für unter wasser grobe soll aber wir schon mal den eingang fertig hier super ja pflanzen fahrt habe ich jetzt zu wenig schön nicht so schlimm ja ja ist ja gut ist ja gut aber das machen wir jetzt nicht wir trinken jetzt nicht sondern im zelt bett haben wir euch ja aber ausrüsten denn dann nehmen wir doch mal das wasser auf mit den flaschen und sparen uns das für morgen auf das dann morgen mehr dran ist sehr cool grobe sein brauchen wir 46 auch noch nicht fertig so einfach geschlafen doch garantiert sogar ist eben halt der disco hat also man jetzt gehört server dass dort eine nachricht geschrieben wurde wer auch immer da gerade geschrieben hat hallo ich denke mal das war die china das wird wahrscheinlich so sein ja also halt wieso bin ich an dem tropfen vorbei möchte ich nicht auf welche sachen kann ich auch gern verzichten eigentlich müsste ich noch mehr trinken und seine können nachgelegt werden ja ich habe vorhin schon mal kurz was eingelegt aber nicht ein zu viel ja zwei nein es war noch einer ich habe gerade zwei jahren und drei habe ich rausgenommen 1 war noch nicht fertig so ging es ja auch mal dass das hier auch mal vorangeht und mal gucken hier sowieso nicht bombardier kieferbrocken die nehme ich mal mit das nicht immerhin es wird nur noch einer wir brauchen wir brauchen bombardierkäfer wir brauchen bombardierkäfer er ist ja du reichen sind nur wo du dir mache ich was die tür nicht zugemacht die langen wege sehen kann ich schlecht da kann ich wenigstens mal einen schluck kaffee zwischendurch nehmen aber was ich jetzt was ich jetzt natürlich wirklich nicht gemacht habe wie schändlich das habe ich zwar jetzt nicht die volle menge im moment wo war es wo war und haucher lunge 3 kleeblatt bräuchte zwei stück von schnell noch zwei kleeblätter holen nein alles gut im winter ist voll da können wir doch schauen die habe ich noch nicht abgelegt ja vielleicht nicht mehr wo ist ja da vorratskiste sagt und so da mache ich jetzt jetzt erstmal meine tasche leer sehr gut auch daran nein das nicht das war doch genau saft brauche ich kiesel bräuchte ich lass mal die vier da so und ich würde sagen die hole ich mir auf rückweg ab nicht doch noch mal umstellen dass die da oben ist okay so erste reihe steht sehr gut übrigens mit der wohl spinne hatte ich mir auch was überlegt was will ich auch noch ausprobieren aber nicht mehr heute glaube ich im moment das machen wir durch ja sehr schön ich bin untergelehrt 999 ich habe eine idee gleich wieder richtig krass gelernt läuft das läuft super ich habe gerade nichts dabei ich habe doch keine zeit weißt du doch wo okay die hat mich erwischt so alles klar verband erst mal trinken mal trinken das lief gar nicht so schlecht muss ich sagen also eigentlich ziemlich gut wenn man kann sagen dass du jetzt mit den ganzen schalen rum rennst nein ok wo sind denn die ganzen schalen die sind jetzt in der anderen kiste in welcher bitte hier ist keiner einzige die die ich hier hinten hingestellt habe bei dir und sorgen ja nicht ganz komputer sie steht hier in der nähe ja hervorragend die bombardierkäfer können überhaupt nichts machen klasse steckt ja auch noch fest egal bei dem läuft so richtig gut der andere ist mir nämlich weggelaufen weißt du und ja was soll ich sagen ich musste hinterher da bin ich leider ein bisschen ungeschützt gewesen hat er mich einmal erwischt ja einmal und laufig lang hier ton nehme ich jetzt kein mit oder brauchen wir dringend das wollte ich nicht so ach da haut sie gleich ab sehr komfortabel ok ok also wenn wir uns auf dieses pflanzengewächs hier retten dann haut die sogar ab allerdings die nicht ok also reaktionszeit war hier fast gar nicht also kannst du mal bitte kommen 26 sekunden so gut also leute ich als mitgekriegt ich habe keine reaktionszeit gehabt hier also nicht wirklich natürlich ja 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 wirklich wirklich ja ist okay ist okay alles wird gut ja ja was sagst du so ja du wolltest sehe ich ja auch erst umziehen war nicht so schlau in der zwei und drei mal so kommt 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 432 fast bis dort konnte läuft wird das so aber ist okay das kann ich mir wenigstens dings holen hat sich doch ja denke ich auch muss ich nur dummerweise nach hinten laufen okay die tür bleibt jetzt so offen egal keine zeit wir haben keine zeit wir haben doch keine zeit wieso läufst du jetzt in die richtung wieso ich denke du wirst hier die snake holen und die kiste die schnake wenn ich nicht mücke und die kiste hälfte auch mitnehmen können schlimm 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 werden soll dass ich mir die mücke holen wollte ich habe das so verstanden zumindest ich hatte das so verstanden dass du das machen wolltest moment da ist natürlich nur vier schalen drei seiten ständer und risiko es läuft doch super also wenn die uns nicht kriegen dann hauen die jedes mal komplett ab das ist ja klasse aber daneben misst das haben wir nicht so clever gelöst finde ich egal so ich muss noch mal die kiste nach hause bringen so lauf dahin müsse nehmen wir doch gleich noch davon mit vier hast du denn schon unser der gestell dies das grobe sei reingetan okay schade so soll ich noch alles machen wird es sein können er spielte mit seinem käferchen und und ich baue hier unser haus also jawohl stell dich so an es ist schwierig gutes personal zu kriegen echt ewig immer diese beschwerden nein schlimm haha ich weiß wer gar sterben wird was haha nix da oh meine rüstung oh muss ich auch langsam zusehen oh ja meine armbrust auch oh egal ja auf jeden fall das mit den kisten das funktioniert super und auch mit den stängellager und weiter und jetzt ja danke danke schön warte ja also bei mir ist momentan die kiste immer noch da ich kann sie also noch immer umstellen nur so kleine information weil du sagst ja vorhin du hast einen verloren so wieso zeigt er dass das vorne ist also naja gut okay habe ich irgendwas abzulegen ja hey sag mal alles gut ja was sagen ich bin gerade in der kiste hier aber gerade so rum gebrüllt hast was habe ich ja nicht was wohl also ich habe nicht darauf geachtet aber du hast bestimmt wieder gehauen niemals machen so so na gut ja 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 gibt es ja wohl nicht hast du da hinten an der treppe den fall gefunden und dann okay Leute also ich würde sagen bis zum nächsten mal tschau tschüss Vielen Dank.